jo was geht ab youtube willkommen zum neuen video hier auf main kanal ich hoffe euch geht soweit gut heute wirklich ein besonderes video wage ich zu behaupten weil wir haben warzone ja sozusagen auf der playstation 1 2 je nachdem gezockt ihr werdet gleich an der grafik sehen ich habe die resolution also quasi die auflösung auf 800 x 600 oder sowas gestellt also ich habe kaum was gesehen und es wird so eine geile runde wie gedacht mal was ganz anderes hier glaube habe ich so auch noch nie gesehen auf youtube dass das wirklich jemand gemacht hat wünsche euch viel spaß im video schreibt meine kommentare ob euch so ein content generell gefällt ja war wirklich was komplett anderes jetzt nicht high kill schwitzer rund sondern wirklich mal einfach eine lustige challenge ja die dann im endeffekt sich noch als coole runde entpuppt hat ansonsten noch mal bitte der hinweis sehr gerne leichter lassen und vor allem auch ein kommentar kommentar push den algorithmus immer sehr auf youtube und kostet nur ein bruchteil eurer zeit neben welch sehr dankbar falls ihr da einen kommentar verfassen solltet ansonsten viel spaß mit dem video liken abonnieren und viel spaß lasst es gut gehen bis zum nächsten mal ja okay das geht nicht also das mache ich weg also fov machen wir mal 100 hallo hallo ja ja Schlimm, Schlimm, Schlimm. Die Schrauben sind in den A.O. Das war's. die empfindlichkeit alles ist völlig völlig verschoben Kaiser Joy in den Chat schon wieder mehr Kills gemacht als das Mod Team den ganzen Abend gestern zu viert Narkam sieht das hier glaube ich bisschen schwierig aus ich habe wie sich das hier anfühlt wenn man hier so rein lang aimt wild ich spiele Warzone auf der Playstation 1 neuer Youtube Titel Chat passt der findet ihr meinen Titel Requestion Requestion UAB beginning flyover Boot out drop headed your way UAB is out of fuel returning for resupply Bruder ich was soll ich euch sagen Chat What was soll ich euch sagen Chat Chat mal for real Oh wie der eng so ein TikToker Leider keine Stims mehr We got no Stims Ah guck mal her Man muss sich nur beschweren dann wird's Okay okay man Nimm mich mit den Kill Guck mal her 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 Hallo? Was war das? Bruder stimmen, ja, aber was war, wie viel Leben hatte der? Was war das, was war das, was war das? Was war das, was war das, war das, was 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 war das, Bruder, was mache ich mit denen? Weil es auch gerade ein bisschen Time-Luck war. Aber trotzdem. Ich muss hier mal kurz gucken. Guck mal, wie die Map aussieht. Ich bin nicht mehr. Ja, ja. Enemy soldier nearby. Allein fünf left. No second chances. Resurgence has been closed. Gas is closing in. Relocating to safe zone. Gas is closing in. jetzt liegt er in der ruhe liegt die kraft wenn der kein play hinter mir macht mit tonstille nicht erst mal chillen die 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 Oh, das wollte ich gar nicht. Gass ist in den. Du sagst von Highlighten. Das ist gleich auf Ihren Taill. Das ist es. Back at es. Ted, we won a game, wir gewinnen auf Playstation 1. Ich kann den Namen nicht mal lesen, Digga. Ich kann nicht einen Namen davon lesen. Ich kann nicht einen Namen davon lesen. Ich kann nicht einen Namen davon lesen.